Hallo und herzlich willkommen Leute. Ja, ich bin zurück hier in The Walking Dead. Ich denke mit dem letzten Teil von Episode 4. Wir wollten reingehen nach Crawford. Und ja, ich würde sagen, dieser Gullideckel hier ist auch schon das Tor zur Fälle. Wo sie alle Leute töten, die ihnen nicht passen. Ich würde sagen, wir machen hier gleich ohne große Pause weiter. Gehen jetzt da hoch und schnappen uns was wir können. Damit wir endlich unser Boot reparieren können. Und machen können, dass wir hier wegkommen. Also, viel Spaß legen wir los. Ganz vorsichtig mal hier drüber schauen. Wir sind hier also jetzt mitten in Crawford. Wir probieren uns hier durchzuschleichen. Nichts, everybody. Es sollte sich die Gullideckel aufzunehmen. Was? Du schaffst? Es ist einfach so strange, ist alles. Ich glaube, ich sehe einen. Over da, bei der Tür. Okay. Ich und Kenny will sneak auf, versuchen ihn zu holen. Die resten warten uns auf, dann folgen uns über. Everybody gott? Okay, Kenny, wir machen das, kurz. Keine schnappen, wenn es keine andere Wahl gibt. Right behind you. Ich probieren wir den mal live zu erledigen. What the fuck? Die sind auch erwischt worden. Was hat das so bedeutend, sind die hier auch erwischt worden? Oh shit, ja. Ich glaube, Crawford wurde auch überrannt. What the fuck is a walker doing inside here? Get inside, fast! Oh shit, ja. Die Stadt wurde ebensoe überrannt. Auch Crawford hat erwischt. Auch die Sicherheitsmaßnahmen. Die hatten keine Schafe. Die hat es trotzdem erwischt. Okay, so sicher war es dann doch nicht hier drin. Hat ihnen nichts gebracht, dass sie nur die starken Leute leben ließen. Jetzt haben wir so starke Walker hier. Macht ja, die Tür zu, genau. Na, ich glaube, die haben es bestimmt gesehen. Keine Angst. Clementine, ich beschütze dich. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. No, this is good. Vernon's right. We can deal with walkers easier than armed guards. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea, how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on. I think I know which way to head. Okay. Aber es ist wirklich so. I got a bad feeling about this. Na, du hast ja ein schlechtes Gefühl. Ich hab mit dir auch ein schlechtes Gefühl. Oh, ist die nicht schnucklig. Und die Olle. Ist die nicht schnucklig. Wer will sie nicht so eine Frau in der Nacht? Traum einer schlaflosen Nächte hier. Hahaha. Hahaha. Just keep moving. Ich grab die Türen, die mit X markiert, sind da zu den Zombies drin. Mann, bist du hübsch. Hahaha. Okay, alle rein da. Schauen uns hier also um. Nein, es tut mir leicht. Figuren. Was heißt das? Das sind die Röhne, ich weiß nicht. Das sind die Röhne, ich weiß nicht. Die Röhne, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wir müssen uns rauskriegen. Ich gehe für die Medizin. Ich komme mit dir, ich weiß, was zu nehmen. Okay, ich glaube, das bleibt mir, um uns eine Batterie zu finden. Ich gehe mit dir, schau dir zurück. Okay, wir haben einen Plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Hoffentlich sehen wir alle auch wieder. Schaut euch die Leute alle nochmal an. Okay. Okay. Zurück bevor du ihn weißt. Sie muss Ben beschützen. Weil er selber hat ja keine Ahnung. Was haben wir hier? Bücher, Puppen, Fernseher, Teppich, Ben, Flugblätter, den Globus. Okay. Na ja. Ansehen, Regal. Flacken, natürlich Amerika. Flacken, die ganz anders sein. Ansehen, Schulkarte. Okay. Okay. Schwesterstation. Spielplatz. Das ist der Maintenance Room. Nun gehen wir zum Motorpool. Dann sehen wir Feuerleiter. Okay. 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 Ich würde sagen. Gehen wir. Sinken wir die Batterie. Ganz alleine, Leute. Wenn ich mir die Haare, schaut euch mal die Haare von diesem Typie an. Das schaut aus wie der Typie, der uns verfolgt hat. Es sieht aus wie er sich als eine Art Supremleiter. Irgendwie hat er Ähnlichkeit mit dem, der mit unserer kleinen Clementine geredet hat. Also gehen wir mal los. Näher das Schließfach. Los geht zum Spielplatz. Ah, sie kommen mit uns mit. Sehr gut. Ansehen. Blutiges Schließfach. Öffnen wir das mal. Ohne die Kombination bekommen wir das nicht auf. Ohne die Kombination bekommen wir das nicht auf. Die Flächen ran sind oder sowas, oder es finden könnten. Ansehen, Automat. Ja, da gibt es nichts. Die kümmern sich um etwas anderes. Wir müssen zur Autowerkstatt. Gehen wir also da dann. Raus den Toten. Das muss die Tür zu den Alleyway sein, wo die Auto-Shop ist. Aber wo ist Molly? Das frage ich mich auch. Ist sie schon wieder auf eigene Forst gegangen? Molly, bist du hier raus? Schrei doch nicht so, Mann. Da drüben ist ein Walker. Ich glaube, ich gehe nicht so. Das haben wir hier hinter den Schuppen. Hinter uns war einer. Habt ihr das gesehen? Hier war einer. Oh... Hermanns... Das ist das, was ich schaue. Stacheldraht? Well, die Stacheldraht ist nicht eine Option. Wie kommen wir hier drüber? Wir müssen also doch woanders landen. Hier war ja nichts, oder? Ah, anziehen im Loch. Steigen wir mal hier drauf. Hoffentlich bricht das nicht. Tja, jetzt sind wir drüben. Und wie kommen wir nachher zurück? Das ist zu schwer. Das ist zu schwer. Dann müssen wir wieder einen anderen Eingang finden, um hier reinzukommen. Oh, hier ist ein Walker. Und wie kommen wir hier drüber? Ach du Scheiße. Das war Molly. Bestimmt. Lass ihn! Er ist mir. Du bist so gut. Wo ist das? Wo hast du denn gefallen? Molly! Was? Was? Calm the fuck down. What's wrong with you? What's the matter? Never seen someone kill a geek before? Not like that. Oh, we're gonna have to do that. Some kind of scientist or doctor maybe? Yeah, well. He ain't shit new. Ja, hier kommen wir nicht rein. Oh nein, nein, ich wusste es in dem Moment, als die um die Ecke kamen. Jetzt heißt es kurbeln, kurbeln und kurbeln. Kurbeln, 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 mach, 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 kurbeln endlich. So, schnell, 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 ab, hoch, rein da. Der lebt noch. Die hat ihn nicht getötet. Schau rund um. Ich mache sicher, dass keine Stragler unter der Tür kommen. So, also, die Sattelschlecker, die Motorhaube, tun wir die mal öffnen. Jetzt gibt es bestimmt eine Batterie. Ah, ja, die Batterie ist nicht laut. Hm, da oben. Das heißt, wir müssen das hier irgendwie absenken. Hier haben wir die Steuerung für den Lift. Na klar, das war ja so, klar. Na klar, das war ja so, klar. Traurig, schlau. Mehr von Crawfords Regeln. Wie würde jemand so leben leben? Ich würde lieber meine Chancen auf der Seite nehmen. Traurig, schlau. Ich denke nicht, dass ich diese Hose mit nur meinen Händen entfernen kann. Vielleicht hätte ich etwas, um es zu schneiden. Okay, wir werden es hier durchschneiden. Irgendwo hier findet ihr bestimmt Werkzeug für die Bürotür benutzen. Wir gehen erstmal hier nach hinten. Oder? Ne, hier gibt es nichts. Gehen wir mal ins Büro. Okay, also doch nicht. Schauen wir doch mal nach. Hier irgendwo Werkzeug finden. Oder reden wir mal mit Molly. Vielleicht können sie uns die Axt an den Pickel vergeben. Was? Was, was du brauchst? Was war das alles da hinten? Er kam auf mich auf dem Rooftop. Er hat versucht, mich zu holen. Soll ich mich für die Arbeit zu nehmen. Was? Hast du ein Problem mit mir zu töten Geeks? Nein. Es scheint, dass du ihn auf ihn ein bisschen mehr gehst, als du brauchst. Hey, du wirst gar nicht wirklich wissen, wann diese Dinge all die weg sind. Ich war nur sicher. Schau, willst du diese Batterie oder nicht? Zeit verbreitet. Ich weiß nicht, was ich könnte mir vorstellen. Dass sie ja schon mal hier war. Und dass sie dumm was hier gelaufen ist. Nein, nein. Nichts. 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 Wie ich mich interessiert habe, diese F***er haben, was ihnen zu kommen. Nicht viel Sympathie für alle Menschen, die hier sterben, hm? Ich habe so viel für sie, als sie für die Sicken und die Vergangenheit haben. Und jemand anderes, die sie nicht glaubten, wäre fit, in ihrem kleinen Paradies. Also, ja. F*** sie. Ich glaube, ich kann das, äh... ...Hook-Thinge von deinem? Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammengefasst. Hilda? Das ist, was ich sie nenne. Nicht beurteilen. Bitte, kann ich Hilda holen? Ich werde sie gut beurteilen. Sie wird keine Schlange bekommen. Okay, damit können wir den Schlauch bestimmen. Durchschneiden. So, durchstecken. Und wenn das Hydrauliköl rausläuft, senkt sich natürlich auch der Hydraulikstand von der Hebebine. Nein! Nein! Da ist den hier. Hä? Ja, ich will da bloß, dass du das ausnimmst, Schmarrn. So, schnell. Also, jetzt mach's weg. So, und jetzt schnappt sie die Batterie. Ach du Scheiße. Ja, lauf. Komm, 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 lieb. Komm, 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 lieb. Beeil dich. Ach du Scheiße. Jetzt gibt's auch keine Rolle mehr. So, oh shit. Ja, die hat Kraft. Die schmächtige Frau, die hat Kraft. Okay, haben wir eine Menge Lärm gemacht. Jetzt müssten wir nur noch irgendwie das trotzdem machen. Dann hätten wir da ein paar drin. Na toll. Na klar, ich kann das natürlich auch. Na klar. Nein! Aber ja gut, wir leben. Wir leben zwar nicht mehr, wir können als Zombie aufstehen. Ja, ja. Schon gut. Okay, so, jetzt sind wir auf der Rüte. Sind ja vorbeigesprungen. Hörst du überhaupt nicht zu klagen? Komm schon. Macht ja nichts. Wenn wir da unten ankommen, wir stehen ja irgendwann wieder auf. Komm schon, was bist du, Schmarrn? Schau! Was hast du mich? Ich bin jetzt, dass du es schon erwähnt hast. Ich bin jetzt. 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 Passierlich? Komm schon. Later. Something I gotta do first. What? Catch you later. Wait, you still got the battery. Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. Molly! Oh Mann, was macht die jetzt schon wieder? Irgendwie... Einzigen. Patronenhüsten. Irgendwas geht ja da nicht mit rechten Dingen zu, Leute. Und das blutige Schlieffach da hinten, diese Kombination lässt mir auch nicht irgendwie... Oh, die Scheiße. Komm, komm, rück, 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 rück. Äh, komm beeilt euch. Oh, ich kann man auch nicht allein lachen. Bam. Was denn jetzt? Was will ich denn machen sollen? Was will ich denn jetzt bitte machen sollen? Soll ich da durchschießen, oder was? Kann man entscheiden? Oh, hier liegt eine Zeit. So, jetzt aber. Und jetzt. Da, mit der Axt, die reinstecken. Und wieder drücken, 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 drücken. Und ja. Und die Axt rein. Leute, glaubt ihr, dass die anderen noch im Klassenzimmer sind? Ah, da sind sie ja. Ja, und wir haben es auch ziemlich gut gemacht. Großes Arbeit, Kenny. Wie geht ihr mit dieser Tür? Nicht so gut. Hier, lass ich dir eine Hand geben. Hast du die Batterie noch? Ja, Molly hat es. Sie sollte bald hier sein. Sie sollte bald hier sein. Sie sollte bald sein. Brie? Hey, Lee. Danke für all deine Hilfe da hinten. Ich glaube, dass wir es ohne dich gemacht hätten. Kein Problem. Wir sind alle auf dem gleichen Team. Also, du bist ein Cancer survivor. Wie Vernon und die anderen. Ja. Ich wurde diegnose, als ich in der Schule war. Ich habe schon seitdem. Ich habe schon seitdem, als ich angefangen habe. Und als ich dachte, da könnte ich etwas Hoffnung sein. All das passiert. Ich habe meine ganze Familie verloren. Ich bin der einzige, der überlebt. Ich bin der einzige, der überlebt. Funny, wie alles funktioniert, huh? Ja. Ja. Schön kommisch. Wie lange hast du ihn kennengelernt? Ein paar Jahre. Er hat unsere Gruppe unterstützt. Er war wirklich großartig, bei mir zu kommen. Mit meiner Krankheit. Aber wie kommt man mit einem solchen? Mit einem Ort wie Crawford? Ich weiß nicht, was ich oder die anderen Survivoren würde, ohne Vernon zu tun. Er ist derjenige, der uns zusammengehalten hat. Er ist derjenige, der uns zusammengehalten hat. Was denkst du über diese ganze Situation von Crawford? Ich lieber nicht darüber sprechen. Zu viele verrückte Erinnerungen. Auch wenn ich hier zurückgebracht habe, mir ein schlechtes Gefühl. Auch jetzt? Mit allen deaden? Ich habe keine Sympathie für was passiert, diese Leute. Sie haben die sick und die olden. Auch die Kinder. Die, die nicht zufrieden, um sich zu retten, um sich zu retten, um ihre eigenen Haut zu retten. Whatever passiert hier, wie Crawford fällt, ich finde es ein Poetisch. Verdammt, Frau. Das ist cool. Das ist wie ich fühle. Wenn du gesehen hast, du fühlst das gleiche. Ich bin ein bisschen beschäftigt hier, Lee. Vielleicht sollte du diese Batterie oder mit der Medizin. Ich bin ein bisschen drüber. Wir sehen uns jetzt noch mal. Wir sehen uns jetzt noch mal. Unsere Worte ist alles. Ich kann es noch in der Klinik, G��. G'day zu Eppich. Ein Hübschspiel. Oh. So, jetzt sind wir jetzt nach Klamendin. Ja. Diese Tasche ist wie die, die wir in meiner Schule haben. Ich weiß, dass es wunderschön ist, aber ich liebe es, zu sein, in der Schule zu sein. Ich auch. Ich war ein Lehrer, nicht wahr? Ich erzähle dir was, wenn wir uns selbst ein sicherer Ort finden, wir haben eine kleine Klasse. Nur du und ich. Gibt es Arbeit? Kein Arbeit. So ein Lehrer hätte ich mir auch gewünscht. Wo ist Molly? Sie musste in der Luft gehen. Sie wird bald zurück. Ich hoffe, sie ist okay. Sie wird gut. Sie ist ziemlich hart. Denkst du, dass Dinge wieder normal sein werden? Just wie die, wie sie vorher waren? Ja. Ja. Es kann schon lange dauern, aber ja. Ich mache es. Nichts? Ich hoffe es. Das ist gut. Du hältst an dieser Hoffnung. Das ist die einzige Sache, die das aus dem Weg wegnehmen kann. Okay, also. Flugblätter. Es sieht aus, dass sie hier ziemlich ein System hatten. Crawford's Finale Suche. Hier habt ihr gesehen, Leute. Da steht ein Walkie Talkie. Hier steht ein Walkie Talkie, rechts unten. Ah, okay. Inziane Person, Growning Search. Number of Walkers found. Drei Walker. Number of Citizens brought to Crawford. Zwei. Number of... Three Given Citizens found. Und einen. Okay. Die hat mir alles markiert. Was brauchen wir noch? Wir haben bereits den Strom in der Batterie. Als wir eine Medizin finden, werden wir gut gehen. Also, wo ist diese Batterie, die du gefunden hast? Molly hat sie. Sie fuhr aus, um etwas zu tun zu machen. Nun, sie wäre besser hier zurückgebracht. Ich weiß nicht, warum du mit dieser Mädchen vertraust hast. Wir kennen sie gar nicht. Sie hat deine Leben geholfen, nicht? Ja. Ja. Aber was hat sie für mich gemacht? Nein, warte. Es ist etwas, was du mit mir kannst. Es ist etwas, was du mit mir helfen kannst. Es ist etwas, was mir auf mein Geist. Ich könnte deine Meinung nach. Was ist es? Es ist Kenny. Ich habe ihn mit mir helfen. Ich habe ihn auf dem Boot gearbeitet. Ich habe ihn ein bisschen besser kennengelernt. Er ist ein guter Typ. Er ist ein guter Typ. Und es hat mich auf das, was ich wissen. Ich habe ihn zu sagen. Ich habe ihn zu sagen. Ben, come on. Das wieder? Es ist meine Schuld, Duck und Katja. Ich habe ihn verletzt. Wenn ich nicht zurückgezogen, auf der Motor Inn, sie hätte noch sein. Wie soll ich einfach so sein? Ich habe ihn zu erzählen. Oh nein, das wollte ich nicht sagen. Ja, jetzt ist wirklich die richtige Zeit. um darüber zu reden. So, diesen beschäftigt. Ansehen. Kleister. Was soll uns der bringen? Globus. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier mal wieder vor. Und schauen mal, ob wir die anderen irgendwie finden. Die Georgia-State-Flag. Da ist keine Geschichte. Nicht, dass es jetzt sehr wichtig ist, ich glaube. Nein, das interessiert wirklich niemanden. Nein, ich habe zu sagen, Egal. So, wegen den Medikamenten waren die nicht in diese Richtung hier? Zum Spielplatz. So, wegen den Medikamenten waren die nicht in diese Richtung hier. Zum Spielplatz. Nee, doch nicht. Okay. So, da kamen wir her. Ansehen, leere stimmfach. Wow. So, da sind wir vorhin langgegangen. Am Ausdruck zur Gasse. Okay, wie konnte ich das so in die 44 landen? Oh, shit. So, da sind wir vorhin. Oh, shit. So, bitteschön, Anschluss ein Treffer, meine Freunde. Die sind Geschichte. Der Lee hat schon einige so auf dem Kasten, muss ich sagen. Ah, ah. Was ist denn da passiert? Sie wanderten in die Halle, nachdem wir in den Kasten waren. Ich glaube, sie haben uns gehört, das ganze Ort ist infestiert. Sie sind überall. Calm down, ich habe sie geholfen. Was für die Meden? Wir finden was wir brauchen? Ja, das ist unser andere Problem. Mal schauen. Sie sehen, sie haben alle die Meden-Preskriptionen in der Saft. Locked up tight. Es gibt keine Weise, dass wir ihn öffnen können? Vielleicht mit genug Zeit. Aber ich weiß nicht, wie viel das wir haben haben. Es wäre viel schneller, wenn wir nur die vier-Digit kombinieren können. Ich weiß nicht, dass wir die vier-Digit kombinieren können können. Ich weiß nicht, dass wir es hier für uns finden können können. Wir sollten versuchen, es zu versuchen, es zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Okay, wir beginnen. Ich schaufe ein, ich schaufe ein, ob ich etwas benötige. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Was ist das, was das? Das ist ein Sonogramm. Schubladen an Sehenblut. Verbandskasten. Krankenakte. Ja, das Telefon würde eh nicht gehen. Dokumente. Mal schauen, was haben wir denn hier noch? Das Bett ansehen? Na, ich will gerade schlafen. Ein Kompierer. Na, eine Kompiermaschine machen sowieso nichts. Aber es hätte ja sein können, dass hier irgendwas ist. So, aber hier war einfach ein Blut am Boden. Ich glaube, wir müssen hier einer Blutspur oder so folgen. Schauen wir uns mal um. Am Boden ist Blut. Hm. Hat der gesagt, ich führte dann aus dem Raum raus. Die sind alle tot, bis zu diesem Schließfach. Logan. Logan, Logan, okay. Wir müssen irgendwas finden, was mit Logan zu tun hat. Ich bin mir noch nicht sicher, was es damit auf sich hat. Wirklich, wir nicht. Das waren nur die Patronenhülsen. Hier war zu. Nee, ich bin nicht da. Einzigen Trinkpunkt. Ach ja, da hatte ich gesagt, dass ich keinen Brust hab. Was kann es hier geben? Was kann es hier geben, Leute? In der Lebenswiesfach war nichts. Hier am Boden ist auch nichts. Hier nicht, hier nicht. Klassenzimmer, ein ansehen, das Foto und die Rules. Klassenzimmer öffnen. Schauen wir uns mal um. Vielleicht finden wir hier doch irgendwo noch einen Hinweis. Vielleicht ist hier drüben. Oder auf diesem einen Papier stand doch noch was drauf. Da ist hier vorne irgendwo. Da ist hier vorne irgendwo. Dann sehen wir Kleister, die Globus, die Flugblätter. Oder auf diesem Bock. Vielleicht... Vielleicht über... Ob das eine Zahlenkompensation wäre? 1, 71, 3, 2... Keine Ahnung. Für was steht hier das Walkie-Talkie? Ich werde sie später zurückkommen. Etwas Liedmaterial wäre schön, wenn wir auf dem Boot kommen. Warum? Ich bin nicht so gut im Rätsel lösen. Hier Blut, dort Blut. Ja, ja, hämmert mein Leben in die Tür. Ein Foto, das war nur der Oberburu hier. Die Prinzipien für Crawford. Ich habe immer diese Trin zu sehen. Ich habe immer diese Trin zu sehen. Ich habe irgendwas da drin übersehen. Was nur, was nur, was nur. Ich werde erfinden. Die Uhr, fahr jetzt mal jeden Gegenstand hier nochmal aufzecken. Die Uhr funktioniert nicht. Hier haben wir nichts. Ultraschallbild, Camcorder, ansehen Blut, ansehen Schubladen. Das ist ein Blut. Eben, das führt zum Camcorder und dann aus dem Raum. Das hab ich schon richtig... Und wofür ist Daniel? Ich mein, ich seh hier jetzt kein Blut mehr. Ich weiß, da hinten ist ein blutiges Schließfach, aber... Warum war hier alle verschmiert und hier plötzlich nicht mehr? Eben, bis hierhin. Wir müssen die Kombination für das hier kennen. Hm. Ich will wieder raus, wenn ich einen verdammt guten Grund habe. Ja, hier haben wir noch Blut. Dort haben wir Blut. Hier haben wir Blut. Hier haben wir Blut. Hier haben wir auch Blut. Dass die Leute mich immer anschreiten müssen, wenn ich am Blame bin für euch. Das ist unglaublich, sonst den ganzen Tag nichts. Machen wir die Türe auf? Ja, ja. Eindeutig. Also, wenn wir hier nichts haben, hier ist auch noch mal eine Menge Blut an einem Schlieffach. Wo hat sich derjenige hingeschleppt? Ich komme im Moment nicht nach. Was habe ich übersehen? Mann, das gibt's doch nicht. Was habe ich übersehen? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin ein bisschen beschäftigt. Also, Ansehen, Regal. Das hatten wir ja schon gemacht. Nur Wunsch mit dem Zeichenpapier. Das da oben hat niemand in der Tür. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 6. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 10. 10. 21. 22. 22. 25. 24. 22. Was möchte gefunden werden, wird von mir aber nicht gefunden. Hier gibt es ja nichts. Wieder oben, nach unten. Jetzt muss doch irgendwas mit dem hier auf sich haben, verdammt nochmal. Ich kann es nicht ohne die Kombination öffnen. Und wo soll ich die Kombination herhaben? Wo soll ich zum Teufel nochmal die Kombination herhaben? Also Leute, ich verübel es euch ja nicht, wenn ihr hier ein paar Minuten vorspult. Ich verübel es euch ja wirklich nicht. Das zieht sich in die Länge. Aber so ist das manchmal beim Rätsellösen. Ich kann nichts weiter machen. Irgendwo hier müssen wir eine Notiz finden. Also, wir schauen uns das mal an. Also nochmal Ultraschallbild. Ansehen Blut. Ansehen Camcorder. Ja, dann haben wir das Blut. Das führt erst dorthin und dann führt das da raus. Krankenakte. Ich schaue mich hier nochmal um. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Fernseher nochmal zusammenhängt. Jetzt. Wo er gesagt hat, dass die Videokassette fehlt. Das heißt ja, sich hier mit Blut hier rausgeschleppt. Wir müssen also die Videokassette finden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Immer solche Suchssachen. Ich bin absolut nicht gut da drin, solche Sachen zu suchen. Wir gehen hier nochmal ins Klassenzimmer. Ich schaue mir nochmal den Fernseher an. Ja, aber ich schaue nochmal genau nach. Da hat es einen Videorekorder. Vielleicht ist da eine Kassette drin. Lee, schau doch nach. Wie geht ihr euch mit der Tür? Lärer als ich würde. Keine Worte, wir werden es öffnen. Ich denke. Ja, ich suche eine Videokassette. Da hat einer von euch eine Videokassette gesehen. Vielleicht einer von euch hier eine Videokassette gesehen. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Da hinten war ein doofer Globus. Aber es war bestimmt kein Globus, den man irgendwie öffnen kann. Ne. Da hat also irgendjemand eine Kassette. Die Kassette ist bestimmt mit diesem Schlieffach. Und die Kombination für das Schlieffach kennen wir natürlich nicht. Und weil wir die Kombination für das Schlieffach nicht kennen, kommen wir da nicht ran. Das kann doch nicht so schwer sein. Nichts drin, nichts drin, ja. Ja. Hallo Leute. Komm. Holt mich. Hallo. Schaut mal. Fräschchen. Lecker Fräschchen. Mann, müsst ihr Hunger haben. Ja. Verschlossen. Ja. Dann dreht sie auf. Dreht sie einfach auf. All right. Blutspur. Nichts. Da waren die Katronen. Da war nur der Ausgang. Immer schön alles absuchen. Ob es hier irgendwas gibt. Nee, 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 nee. Hier können wir auch nichts machen. Wir brauchen den Code hierfür. Was seh ich nicht, Mann? Was seh ich nicht, Mann? Jetzt regt's mich auf. Das kann doch nicht sein. Ich komm, ich war wie in diesem einen Laden am Anfang. Aber irgendwie jetzt noch dümmer. Wie oft muss ich noch hier hin und her laufen? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wie kommt es? Lass. Lass nicht zu viel. Ich bin sorgf, dass nach dem Zeitpunkt zu kommen, es wird zu lange. Moly hat mir helfen, die Batterie brauchen. Das ist gut, eine dritte. Wo ist sie? Sie hat sich auf. Sie hat eine Art, die sie brauchen. Sie hat sich auf? Mit der Batterie? Ja. Keine Angst, sie wird zurück. Ich hoffe so. Die Frau hat mich wirklich nicht als Team-Spieler. Viel mehr als Mercenari. Wie viel Zeit hat Omeid, Doc? Du willst meine Medikamente? Die schneller wir ihm einen starken Antibiotik zu bekommen, um diese Infection zu kämpfen, besser. Wir lassen es einfach so. Hey, Doc. Ich wollte nur sagen, dass du mit uns gekommen bist. Und für all deine Unterstützung. Ich mag es wirklich. Keine Ahnung. Es sind Zeiten wie diese, wir müssen uns am meisten helfen, oder? Und wir sind nicht besser als die Crawfords-Sons. Ich habe das gehört. Da haben wir es. Es war direkt vor meinen Augen. Es war... direkt vor meinen Augen. Ich war direkt vor meinen Augen, Leute. Vernon, Christa. Komm, schau mal an das. Das ist Tag 82 seit der Ausbruch. 1547. Dr. Logan in Consultation mit Patient Anna Correa. Warum schreibst du das? Regulations. Oberson hat mich zu behaupten, dass alle Medikamente überprüfen, und alle Medikamente überprüfen, und alle Medikamente überprüfen. Ich brauche dich, Anna. Die Sonnogramm confirms, dass du bist. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wie Sie wissen, die Regeln sind sehr klar. Die Termination ist notwendig. Du musst nicht sagen. Sie sagen, es war nur Nausea. Du hast mir etwas für mich, und es ging weg. Das ist mein Problem. Nicht dein. Wenn Oberson herauskommt, dass ich eine Begründung habe, für eine Begründung habe. Ich bin sorry, aber diese sind die Regeln. Ich werde dir ein Sedative geben. Es wird die Procedure einfacher auf dich. Ich will nicht die Procedure. Ich will mein Baby. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Oh, shit, Mann. Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du Zeit mit dir nehmen. Aber ich brauche, dass ich nicht später zurückkehren, als morgen. Oder ich habe keine Wahl, aber zu inform Oberson und mich. Ich bin sorry. Okay, jetzt müssen wir wieder raus. Ansehen, Videoband. Ansehen, Videoband. Ansehen, Telefon. Nein, das wollte ich nicht. Nein, nein. Ach, ich wollte nur die Konzepte von Namen anschauen. Ich stand die Nummer drauf. Oh, nein. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie du auch wissen, die Regeln sind sehr klar. Die Terminiert sind notwendig. Du musst nicht sagen. Dich sagen, es war nur Nausea. Du hast mir etwas für mich und es ging weg. Das ist mein Problem. Das Problem ist nicht dein, was du. Wenn Obersen herausfinden, dass ich die Wahrnehmung habe, ich bin sorry, aber diese sind die Regeln. Ich werde dir ein Sedative geben. Es wird die Prozesse einfacher für dich. Ich will nicht die Prozesse! Ich will mein Baby! Ich kann das nicht tun! Ich kann das nicht tun! Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du ein bisschen Zeit mit dir nehmen. Aber ich brauche, dass du nicht später zurückkommen hast, oder ich habe keine Wahl, aber zu inform Obersen und mir selbst. Ich bin sorry. Ja, 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 ist das endlich vorbei? Jetzt machen wir mal weiter. So, also. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Na, ich will hier raus. Ich weiß jetzt, was zu tun ist, Leute. Ich hoffe, jetzt geht es voll schnell. So, also. Hier runter, ganz rechts rüber und da raus zur Tür. So, wir müssen zu der Werkstatt, wo wir vorhin waren. Denn dort finden wir das andere Band. So, geh mal raus. Du hast jetzt einen richtigen Grund, raus zu gehen. So, also. Hier hin, da hoch. ein Wow Der schleift sich weiter, er warme mich tot, jetzt ist er tot, der hat noch eine Videoband. So, da sind wir also wieder zurück, hoffentlich, es ist nicht schlimm, es ist in der Zwischenzeit hier passiert. So, das Schließfach öffnen, Logan. Noch eine Videoband. Ab da rein jetzt. Aber wo ist Molly? Also, das wäre eine Death Sentenz für beide Sie und Ihr unborn Kind. Vielleicht ist das besser. Ich habe alle Nacht geholfen, um das zu leben. Warum versuchen wir sogar zu leben, um zu leben, wenn es das ist, wenn es das braucht, wenn es das ist, was es uns in. Ich mache nicht die Regeln, Anna. Doktor, ich bitte bitte, hilf mir. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sind, kannst du es wieder versuchen. Aber für heute, müssen wir das machen. Wir tame mehr Sachen, um die Gäuble abends. Also, das sei auch das Blut am Boden. Nein. 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 Wegen auch das Blut hier am Boden. So, wir haben aber noch eine dritte Aufnahme. All right. Let's get those meds and get the hell out of here. We're in business. Antibiotics, morphine. We'll take as much of this as we can carry. Okay, I think we're good. This is more than enough for your people and mine. Let's go. You know, I found a third tape in the locker outside. Maybe there's something else on there. We got the meds for Omid. That's all I care about. We'll head back to the classroom. Don't take too long, Lee. Listen, as fun as this was, I have to put a stop to this little arrangement. This is the last I can give you. Why? Oberson had someone down here yesterday taking inventory. He's really cracking down. I just can't risk it. We had a deal. Yes, we had a deal. We don't anymore. My sister needs this medicine. Without it, she'll die. Or she'll start showing symptoms and they'll take her away. I can't let that happen. I'm sorry, Molly. I've done all I can. But I have to look out for myself here. Yeah. That's the Crawford Way, isn't it? Ah, Molly had here also an Abmachung. That's what's with her sister to do. Oh shit. Well, let's go to the other one. I hope Molly is still there. So, let's go over here. Oh, let's go over here. Oh, there's Molly. Oh. So, da haben wir also die Batterie. So, da haben wir auch nichts. Du hast meine Leben zweit, aber du kannst mir die Wahrheit erzählen. Wir werden das wirklich jetzt machen? Ich glaube, das ist für dich. Ich war hier mit meiner Freundin. Sie war 14 Jahre alt. Als die Möge begann, und Crawford sich in die Zeit, es war ein ziemlich guter Deal, am Anfang. Wir waren sicher. Wir hatten alles, was wir brauchen, um zu überleben. Dann die Regeln begann, dass niemand, die ihre Platz nicht beurteilen konnte, oder in der keep. No one who required special care. Meine Frau war die Bedeutung. Und bei Crawford's rules, das macht sie eine Liability. Ich habe es ein secret. Ich habe sie safe für so lange wie ich konnte. Aber in der Endeffektion, ich konnte sie nicht schützen. Das ist das, wenn ich ausfügt. Crawford, sie immer über die Systeme funktioniert. Wie alles besser ist als eine von ihnen zu werden. Aber ich sah, was sie bereits geworden sind. Das ist das, was sie zu sehen. Was. Wartas. Was. Wartas. Was. Wartas. Wartas. Nein. Nein. Du bist so scheiße. Oh Mann, Ben. Wow. Wow. Ja. Ich habe gar nicht geschaffen. Wartas. Das war Clementine. kinda. ... ... ... ... ... Clementine is still in the tree. He is still in the tree. All my fault the hell see babbling about man we've talked about this no wait I want to know what he meant What do you mean this is all your fault Kenny I'm so sorry I'm so sorry man kid this ain't the best time Whatever you did save it for later I opened the door he let them in Ben shut the fuck up Fuck you leave I can't do this anymore It's been me all along putting all of us in danger Gotcha and Duck it was all me It was all me Wait a minute what are you saying It was me who made the deal with the bandits at the motor end slipping them supplies I thought maybe I could keep them off our backs When it got discovered that's when they attacked And that's when Duck Kim enough calm down man You little pisshead you're fucking dead you hear me Hey dad my wife and child you got a boat fucking killed Oh yeah I said calm the fuck down But I have to be careful not that outside we have a lot of water If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did he's out of his motherfucking mind Kenny we'll sort this out later after we get out of here okay Ain't nothing to sort out I just told you the way it's gonna be The boat's not big enough for all of us Somebody's got to get left behind Might as well be this piece of shit right here Well I vote we leave him I'm sorry Ben I know you mean well But all I want to do is get back to Omid And you put that at risk Wait Don't I get a vote? Of course you do Ben's nice He's my friend We don't leave friends behind That's my vote On second thought I think I'm gonna stay Lee I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end I vote Ben stays with us What about the rest of us? Don't we get a... Na gut, one less One less here Oh krass Now can we go? Okay, here is where I And there is enough time Now can we in a half a time How long can we try it? With the weapon camera So much for the armory What's left of it? What's in the here? A few rounds That's it You didn't close that door behind us? I could The lock was busted Great Just fucking great Come on There's gotta be a way out down here So, hauen wir ab Nichts wie weg hier Oh, hier geht's nicht lang Let's go Here is the place Here is the place There is a way out of the floor Please, look Let's go Take it Let's go Nein, 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 scheiße. Ich will unser Fuß hier rauskriegen. Komm, raus. Na klar. Na klar. Raus, zieh dein Fuß raus, Mann. Zieh dein Fuß raus. Komm wieder runter, ja, zieh dein Fuß raus. Nochmal. So, jetzt schnell zurück, 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 zurück. Ja, sehr gut. Okay. Jetzt geht einfach so voran. Und weiter geht's. Der nächste. Zaaack. Und ab drüber. Und willst du auch noch was? Na klar. Hier. Ja. Hier nochmal einen. Und. Zaaack. Wow. So. Bitteschön, mein Freund. Dünne, die liegt nicht runter. So. So. Klemme. Ich bin gut. Ja. Hier ist die Leiter. Ja. Nichts mehr runter, ja. Komm, beeilt euch, beeilt euch hier runter. Ja. Komm, beeil dich. Komm, beeil dich. Komm, beeil dich. Nein. Komm, 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 komm. Komm, beeil dich. Oh, shit. Komm, beeil dich. Nein, jetzt komm, jetzt komm. Jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. Und die Scheiß. Komm. Let's go, dammit! Get Clem and the others out of here! Lee! Lee? We both know. Let me go! Das bleibt nichts anderes übrig. Komm! Beeil dich! Beeil dich, Mann! Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht noch mal einen verlieren. Krista? Ist alles okay? Oh, ich! Wenn es schon kaum noch Leute gibt auf der Welt. Leute, die leben. Dann müssen wir die retten, die noch leben. Auch wenn sie in solchen Zeiten Fehler machen. Clem, bleib zurück. Bleib nicht näher. Ich sollte dich nie verlassen. Ich bin sehr sorry. Krista, weg von ihm! Perché? Un Wahnsinn. Das war's. Ich war's. Wir hatten. Ja, danke so much. Okay, reden wir mal miteinander. Okay, reden wir mal. Okay, reden wir mal miteinander. 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 Wir müssen wirklich nicht hier noch bleiben. Es ist nicht sicher. Okay, reden wir mal miteinander. Okay, reden wir mal miteinander. Okay, reden wir mal miteinander. Wir haben die kleine Zündung gebracht. Wir haben die kleine Zündung gebracht. Wir haben die kleine Zündung gebracht. Aber ja, die Chancen damit. Und jetzt darf ihre Eltern noch leben. Die sind so gering. Clementine? Ach du Scheiße. Clementine? Oh shit. Da fuckt Gerritus weg und Clementine auch. Die ist bestimmt weg uns auf die Reise. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Der von Funkgerät. Die Funkgerät. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Da drauf an. Tritt rein. Oh, ich bin erschrocken. Alter Schwede. Oh, shit. Oh, shit. Schyfe. 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 Lee, what are you doing out here? It ain't safe. Lee? Where's Clementine? She's not in her room. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's mine. Oh, my God. No way. No. No fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night, Vernon came to me and offered to take her with him. I said she'd be better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Okay. What do you need from us? Clementine's my responsibility. Can't ask any of you to risk your lives over this. This is something I have to do alone. We're all responsible for Clementine. And in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help. All of our help. Damn right. We can't let you do this alone. So that's settled, then. We'll look for Clementine together. Hell yeah. What are we waiting for? I don't think you two coming is a good idea. Omid's still recuperating and you need to be taking care of him. I can't drag you both off on some rescue mission. Screw that. I'm good to go. No way I'm letting you have all the fun. Lee, we want to do this. Okay. Thanks, you guys. Lee, man. You know I care about Clementine. And I am a Christian man. But I keep asking myself, if this was me asking you for help, asking you to put your life on the line, would you be there for me? Because there have been plenty of times when you ain't been. Kenny, you know what Clementine means to me. She's my family now. She's all I got. Hell, in the end, family's all that matters. And you were there for Katja and Duck when it mattered most, I guess. All right. I'm in. What about you, Ben? Now, hold on a damn minute. I'm not going if this little shitbird is, too. Lee, you want to bring Clementine back alive, you'll leave him behind. He fucks up everything he touches. Ben, I'm sorry, but I need Kenny on this. Maybe you should stay with the boat. Okay. Sure. Just don't fucking lay a finger on it. You hear? Okay, guys. We should go find Vernon. See if he took her. Let's head out. Are we okay just leaving the boat like this? With only Ben to look after it? What choice do we have? If anything has happened to that boat when I get back, I will fucking bury you in that backyard. Are we clear? Oh shit, Leute. Ich bin geschafft. Wir wurden gebissen. Wir wurden gebissen, Leute. Ich fass es nicht. Oh man, oh man, oh man. Niemand mehr da. Die sind abgehauen. Die sind abgehauen. Wo sind die alle hin? Clementine weg. Die weg. Was zum Teufel. Der Klappentrum. Klappentrum. Der Klappentrum. Der Klappentrum. Der Klappentrum. Ach du Scheiße. Der Junge auf dem Dachboden. Du und 74% Spieler ihn umgebracht. Dann hüttokratischer Eid. Du und 66% Spieler waren rational, aufrichtig. Dann Allein zu Haus hast du Clementine mitgenommen. Du und 43% des Spielers hier mitgenommen. Wen die Stunde schlägt, hast du den Ton stürzen lassen. Du und 66% des Spielers ihn aufs Dach gezogen. Zeigen des Bisses. Du und 80% des Spielers den Biss gezeigt. Ja, Leute. Oh, Mann. Puh. Krasse Sache. Wer begleitet Lee? Diese vier Leute also, so wie 13% aller. Ach du heilige Scheiße. Leute, Leute, Leute. Ja, das war wieder ein super vierter und damit auch vorletzter Episodentakt. Ja, wir haben das jetzt soweit durch. Vierte Kapitel, also Geschichte. Als nächstes kommt dann nur noch das allerletzte Finale. Das große Finale auf uns zu. Den fünften Teil, die fünfte Episode, wo wir Clementine finden müssen. Ja, etwas schockiert. Wir sind gebissen worden, fast immer noch nicht. Das heißt, wir werden sterben. Wir werden sterben, Leute. Ja, ich bin gespannt, was im nächsten Teil auf uns wartet. Ich freue mich schon, das demnächst hier für euch weiterzuspielen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Stay tuned, have fun. Hier für euch war euer Muscle-Tag und ich möchte mich nochmal entschuldigen, habe ich so lange gebraucht, um das Videotape zu finden, aber ich bin mir sicher, genau du, womit zuhörst und 80% aller anderen Leute, die das Video geschaut haben, und haben an der Stelle weitergespult. Ciao zusammen.